Hallo und herzlich willkommen bei MusicStoreTV. Die Fame A400 war schon immer eine konkurrenzlos gute und günstige Endstufe. Jetzt haben wir nachgelegt mit der Fame A400 Version 2. Das ist das gute Stück, sie hat die gleichen Haupteigenschaften wie schon das vorigen Modell. Satte Leistung, ein sehr hochwertiges und robustes, schweres Gehäuse, das auch die Strapazen des Musikeralltags überstehen kann. Ebenfalls dadurch geeignet für Festinstallationen in der Gastronomie zum Beispiel. Wir haben sehr viele Anschlüsse, die zeige ich gleich nochmal. Hauptunterschied, der auf der Front auffällt beim neuen Modell, ist die LED-Aussteuerungsanzeige, eine für jeden Kanal. So kann man auch direkt am Gerät schon den Pegel ablesen. Neben der tadellosen Verarbeitungsqualität zeichnet sich die Fame A400 2 besonders durch die satte Leistung von 2x200 Watt an 4 Ohm aus. Das Gerät ist brückbar, das heißt wir können sie auch ganz einfach als Mono-Endstufe verwenden. Eine schöne Eigenschaft für den Tonstudio-Betrieb ist, dass diese Endstufe passiv gekühlt wird. Das heißt keine nervigen Lüftergeräusche. Das ist einfach wunderbar im Tonstudio, da wird man nicht von der Arbeit abgelenkt. Auf der Rückseite der Endstufe sehen wir erstmal den Anschluss für das Kaltgerätekabel zur Spannungsversorgung. Man kann hier übrigens umschalten, ob man sie mit 100, 15 oder 230 Volt betreibt. Außerdem habe ich hier die Anschlüsse für die Lautsprecher in doppelter Ausführung. Erstmal als Picon-Stecksystem und als Schraubverbindung, je nachdem wie ich es verbinden möchte. In der Mitte sehen wir noch den Ground-Lift-Schalter. Das ist ganz praktisch im Live-Betrieb. Wenn man irgendwo eine Brummstreife hat, kann man das damit rauskriegen. Daneben ist dann noch der Schalter versteckt für die Umschaltung zwischen Mono- und Stereo-Betrieb. Und als Eingänge haben wir sowohl symmetrische XLR als auch unsymmetrische Klinkeneingänge vorhanden. Wobei wir den Pegel dann hier auch nochmal mit einem Schalter einstellen können. Ja, soviel zu unserer neuen Endstufe der Fame A400 Version 2. Jetzt mit neuen Features in der gleichen robusten Qualität wie bisher gewohnt. Bei uns im Music Store wie immer mit 3 Jahren Garantie. Den aktuellen Preis können Sie auf unserer Webseite nachschauen. www.musicstore.de Da können Sie sich nochmal genau über das Gerät informieren. Oder kommen Sie einfach bei uns im Laden vorbei in Köln. Ein Besuch lohnt sich garantiert. yep leid doch wenn man is ein unglaublicher Dank sieht, sie Scarab gut 진 haben Diese